Bei der Kommunalwahl am 9. Juni geht es um ganz wichtige Dinge. Die Kindertagesstätte vor Ort, die Schule, wie das Wohnumfeld gestaltet wird, ob Vereine in der Gemeinde gefördert werden. All die wichtigen Fragen werden durch die Kommunalpolitik entschieden. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme mit, wer mitgeht im Gemeinderat, im Verbandsgemeinderat, im Kreistag wird. Sie entscheiden, wer Bürgermeisterin in Ihrer Gemeinde wird. Wählen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Gehen Sie gemeinsam wählen mit der Familie, mit dem Bekanntenkreis. Demokratie funktioniert nur, wenn mitgestaltet wird, wenn Bürger wählen gehen. Und deswegen ist Wählen gerade bei der Kommunalwahl ganz wichtig. Gehen Sie am 9. Juni wählen. Entscheiden Sie mit, was vor Ort geschieht und Sie stärken auch die Demokratie in der Kommune und in Europa.